Dem scheiss Schleier siehst du einfach genau gar nichts. Du warst ein richtiger Mann, der die Sonne Schleier macht. Soll ich schnell einen Ass schneiden oder was? Magst du ihn schnell wegschneiden? Nein, nein. Ich muss jetzt nur schauen, dass es mich da nicht runter wächst. Was hast du vielleicht da? Ein was? Geil, oder? Ja. Hammerbombe da. Das ist eine Teilinie gefallen, oder? Ja. Oh, da rennt sie tot. Das ist eigentlich relativ bäubig. Ja. 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 Ja.